Guck mal, hier waren wir heute. Könnt ihr das sehen? Wir waren bei unseren Freunden von der Alex Mofa-Gänge heute zum Gast. Das war ein wunderschöner Abend. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. War geil. Könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß. Und perfekt und zwei. Einfach geradeaus. Ey, du hast noch was zu sagen. Also reiß die Schmerzen auf. Sag, was du denkst. Spring über deinen Schatten. Sprich auch hier in die Luft. Und dann sing, dann sing, dann sing deinen Song. Das ist doch geil. Ist ja noch eine Gewurztagsparty, verstehst du? Von Alex Mofa-Gang. Die werden zehn. Zuvorstellend. Zehn. In vier Jahren dürfen die in Mofa steigen. Wie ist das? Wie soll das sein? Wie ist das? Mit zehn. Alt. Alt. Und bei euch mit 40? Wie lange habt ihr jetzt? Irgendwann kriegst du eine zweite Lunge. 22. Ja, wir freuen uns auch sehr. Gerade schon zweimal gesagt. Kannst du gleich zurückspulen. Siehst du. Ihr Geil und viel Spaß. Danke. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. �